Als Wohlfahrtsverband setzen wir uns ein für ein würdiges Leben aller Menschen. Überall auf der Welt, für alle Generationen. Caritas kann Würde. Als Christinnen und Christen setzen wir uns für den Lebensraum ein, für unsere Umwelt. Caritas kann Schöpfungsverantwortung. Und antworten möchten wir darauf mit einem Umweltmanagementsystem. Wir glauben, das ist der richtige Weg, um strategisch in die Zukunft zu gucken. Jede unserer Einrichtungen und alle Menschen, die mit Ihnen in Kontakt kommen, haben unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse. Das auch beim Thema Umwelt. Und deshalb bilden wir ab Juni in über 50 Einrichtungen Umweltmanagementbeauftragte aus. Die Umweltmanagementbeauftragten können konkret gucken, was wichtig ist und wie die Einrichtung die Umwelt schützen kann. Und trotzdem weiter den Menschen gerecht wird. Unsere Zukunft nachhaltig gestalten. Das machen wir gemeinsam. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020